Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie sich nicht auch schon einmal gefragt, warum sich die Menschen so freudig vom alten Jahr verabschieden, wenn sie doch gar nicht wissen, was im neuen Jahr auf sie zukommt? Ich gebe zu, vom vergangenen Jahr, ja, kann ich mich auch ziemlich gut verabschieden. Wir haben das zweite Corona-Jahr hinter uns gebracht und ich muss sagen, es war ein anstrengendes Jahr. Die Nachrichten waren selten gut, die Verordnungslage hat sich häufig geändert, die Inzidenzzahlen stiegen in bisher nicht geahnte Höhen. Kein gutes Jahr dieses 2021 und leider lässt der Ausblick auf 2022 zumindest in den ersten Monaten nicht wirklich auf Besserung hoffen. Sollen wir deshalb pessimistisch ins neue Jahr gehen? Mit dem Jahreswechsel lugen wir vorsichtig durch eine weit geöffnete Tür. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber, und das ist meine feste Überzeugung, wir haben die Chance, den Raum, den wir hinter der neuen Jahrestür finden, auch mitzugestalten. Gewiss wird uns ein Rahmen vorgegeben. Bestimmt werden wir einige Arbeiten zu erledigen haben, die uns nicht gefallen. Wir haben im vergangenen Jahr erfahren, dass Planungen nur begrenzt möglich sind. Was gestern noch galt, ist heute schon überholt. Es wurde deutlich, dass wir nicht alles im Griff haben und das ist eine Herausforderung. Wie soll ich denn da meinen neuen Raum im Jahr 2022 gestalten, mögen Sie sich fragen. So ganz ohne Plan und Verlässlichkeit? Und überhaupt, es ist doch alles so trostlos, kein Licht am Horizont. Ich glaube dennoch, wir können etwas in unserem Raum tun. Eine der ersten Maßnahmen könnte sein, eine möglichst positive Grundhaltung in unseren Raum zu packen. Da wird die Atmosphäre schon ganz anders. Und dann erst der Anflug von Mut und auch von Zuversicht wird spürbar. Wir werden stärker und trauen uns, Veränderungen anzugehen. Wir sind motiviert. Und das ist alles andere als Stagnation und Unbeweglichkeit bis hin zur Starre. Gutes Baumaterial für unseren Raum ist ein gut gefüllter Sack mit Gelassenheit. Sie hilft sich auf Unerwartetes einzulassen und sich erst dann einer Aufgabe zu stellen, wenn sie sich zeigt. Mischen wir doch noch ein paar Schippen Besonnenheit und Vertrauen dazu. Dann kann doch fast gar nichts mehr schief gehen. Haben wir in unserem Raum des neuen Jahres die ersten Materialien verarbeitet, bekommen wir schon bald Besuch. Menschen klopfen an unsere Tür. Manche werden wir reinlassen, andere nicht. Die Entscheidung liegt bei uns. An einige dieser Begegnungen werden wir uns immer wieder erinnern. Andere vergessen wir. In jedem Fall aber werden wir diese Begegnungen in unser Leben und unseren Raum im neuen Jahr gestalten. Stellen Sie sich vor, Sie würden jedes einzelne Erlebnis aus diesen Begegnungen in einen Bilderrahmen fassen und an die Wand hängen. Wie vielfältig und interessant würden die Wände in unserem Raum werden. Vergessen Sie nicht, einen Spiegel in Ihrem Raum zu hängen. Darin können Sie sich selbst sehen und feststellen, wie Sie sich vielleicht im Laufe Ihres Jahres entwickeln. Gefallen Sie sich noch oder möchten Sie etwas verändern? Es liegt in Ihrer Hand. Ihren Raum können Sie mit eigenen Aktionen füllen. Sie entdecken ein neues Hobby, machen ausgedehnte Spaziergänge, vielleicht in der Natur, engagieren sich oder modeln an Ihrem Arbeitsplatz etwas um. Jede Aktion macht Ihren Raum bunt. Gerade so, als würden Sie die Wände streichen oder tapezieren, Teppich verlegen oder Gardinen aufhängen. Schauen Sie sich Ihren Raum an. Er ist gefüllt mit Erlebnissen und Begegnungen, mit eigenen Aktionen, Bildern und Ihnen selbst. Der Raum sieht toll aus. Das könnte passieren, wenn Sie mit dem Jahreswechsel vorsichtig, vielleicht auch ein wenig neugierig durch eine geöffnete Tür lugen. Ich finde, es ist eine ganze Menge, die jeder von uns allen selbst gestalten kann. Auch ohne Plan und auch ohne Verlässlichkeit. Ich wünsche Ihnen Mut und Zuversicht, Tatkraft und Vertrauen und vor allem Gesundheit für 2022. Und ich verabschiede mich von Ihnen an dieser Stelle als Bürgermeister der Stadt Rottgau. Denn meine Amtszeit endet Mitte des Jahres. Damit öffne auch ich eine Tür in einen mir bis heute unbekannten Raum. Und ich werde ihn mit Neuem füllen. Alles Gute Ihnen und bleiben Sie gesund. Ich grüße unsere europäischen Partnerstädte an dieser Stelle noch einmal ganz besonders. Ich grüße Böso, Dona Stubica, Heimburg und Newport. Alles Liebe und Gute.